Podcast mit Helmut Schwarz, präsentiert von Dystopia LP, nur auf YouTube. Heute zu Gast, Wahrsagerin und Zeitmedium Mathilda Precht. In der letzten Folge hatten wir ja über deine Wahrnehmung dieses Zeitstrahls beziehungsweise deiner Fähigkeit der Torschau gesprochen und ich habe kurz die vier Möglichkeiten der Zeitreise angerissen. Von diesen vier Möglichkeiten kann eigentlich nur Einsteins relative Reise in die Zukunft als gesichert möglich gelten. Alles andere ist gehört doch in den Bereich der Science Fiction, oder? Ja, das sollte man meinen. Mein Vater sagte immer, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als der Mensch sich vorstellen kann. Und damit hatte er absolut recht. In der letzten Sendung war bei mir Frau Isato Jobate zu Gast. Du kennst sie sicher. Sie hat gesagt, dass theoretisch jeder Mensch dazu in der Lage wäre, diese Tore zu sehen. Ist das so? Könnte ich zum Beispiel auch in die Zeit blicken? Ich kenne Isato, aber unsere Fähigkeiten sind nicht exakt dieselben. Du musst verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Sehen der Tore, dem Öffnen und dem Hindurchschreiten. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, jeder Mensch könnte theoretisch den Strahl sehen. Hindurchschreiten? Wie darf ich das verstehen? Ich ging davon aus, dass man nur durch diese Tore hindurchschauen kann. Das kommt ganz darauf an. Auf was kommt es an? Dazu müsstest du wissen, wie die Seele eines Menschen funktioniert. Aber das wissen nur die wenigsten. Die Seele? Das wird immer komplexer. Was hat die Seele mit dem Zeitreisen bzw. der Prophetie zu tun? Mit der Torschau oder Prophetie nur wenig, aber mit dem Hindurchschreiten schon. Es tut mir leid, aber ich kann dir nicht folgen. Hast du dich nie gefragt, weshalb du du bist? Was macht dich als Menschen aus? Dein Körper? Dein Gehirn? Wer bist du? Es ist die Seele, die dich zu deinem dich macht. Ich kann nicht du sein. Du kannst nicht ich sein. Wenn dir Schmerzen bereitet werden, erleidest du sie. Dein Körper erleidet sie aber du, hast die Empfindung. Du musst lernen zu unterscheiden. Organische Wesen leben immer mit der Dualität Körper und Geist. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Aber was hat das konkret mit der Torschau zu tun? Ich sagte ja. Mit der Torschau an sich wenig. Aber was ein Durchschreiten eines Tores betrifft, da sieht die Sache anders aus. Ich meine, dass in dem Moment, in dem du ein Tor durchschreitest, auch deine Seele durch dieses Tor geht. Aber jede Seele ist geprägt. Jede Seele ist einzigartig. So, dass du eben du bist und nicht ich. Würdest du in die Vergangenheit gehen und versuchen, deine konkrete Vergangenheit zu ändern, und du würdest in eine Zeit reisen, in der der bereits existierst, so käme es zu einer Duplizierung deiner Seele. Und du wärst plötzlich nicht mehr du. Dein Körper verändert sich mit der Zeit. Zellen regenerieren. Aber deine Seele ist immer dieselbe. Sie ist nicht materiell. Aber ich erinnere mich doch an Dinge. Ich verändere und entwickle mich als Mensch jeden Tag. Wie kann die Seele dann unverändert bleiben? Du verstehst es noch nicht. Deine Erinnerungen und Erfahrungen werden in deinem Gehirn und auch deinem Körper gespeichert. Die Seele existiert getrennt davon. Stell dir vor, du benutzt einen Computer. Du kannst Unmengen an Wissen darauf speichern. Aber wenn du aufstehst und weggehst, ist der Computer nutzlos. Du kannst die Dateien, die auf ihm gespeichert sind, nicht mitnehmen. Jetzt gehst du zu einem neuen Computer, weil der alte einen Defekt hat. Dort muss alles wieder neu installiert werden. Die Dateien müssen neu angelegt werden. So ist das mit der Seele. Hier ist die Seele, dort ist die Materie. Beides getrennt und doch vereint. Ich verstehe, das ist interessant. Aber jetzt mal ehrlich, das stimmt nicht wirklich, oder? Das ist nur eine Fantasie. Ganz und gar nicht. Aber ich sehe, worauf du hinaus willst. Du möchtest einen Beweis. Das wäre anmaßend. Ganz und gar nicht. Es macht mir nichts aus. Das war der zweite Teil des Podcasts mit Helmut Schwarz und seinem Gast Mathilda Precht zum Thema Prophetie und Zeitreisen. Nur bei Dystopia LP, nur auf YouTube.